Große Momente ergeben sich durch eine große Möglichkeit. Und genau das bietet sich euch heute an. Heute wird sich alles entscheiden. Und heute haben wir wieder die einmalige Chance. Ein Spiel. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Jeder Einzelne wird alles geben. In jeder Minute, in jeder Sekunde. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück, Stück nach oben. Jeden Zweikampf wahrnehmen. Nur so gewinnt man. Würden wir zehnmal gegen Sie spielen, würden Sie vielleicht neunmal gewinnen. Aber nicht dieses Spiel. Nicht heute. Heute werden wir mit Ihnen mithalten. Wir werden uns dagegen stellen, weil wir es können. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Du gibst dein Bestes. Du gibst dein Allerbestes. Versprich mir, dass du alles versuchst. Lass dir von niemandem weh einreden, dass du was nicht kannst. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Seht in seine Augen. Und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt. Dann fährst du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentlemen. Bringt daran, wer ihr hier seid. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Auf das, was wir immer wieder durchgegangen sind. Entweder bestehen wir jetzt als ein Team. Oder wir werden untergehen als Einzelgänger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Let's tell you that, but I don't want to hear No, I don't want to hear, no, I don't want to hear Nobody like that, cause I don't care where I belong no more What we share or not I will ignore And I won't waste my time filling in Cause I don't think God just is a sin No, it's not a sin No, it's not a sin No, it's not a sin